Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesratauswahl eine neue, die fünfte CD, mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. Elf Kapellen, kleinere und größere spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten Ungarn-Deutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesratforum, Manfred Meierhofer, für die Informationen. Die Schnapskapelle wurde 2007 von einem seit langem bestehenden, der Spaß an schwäbischer Musik war es, der die Gruppe zu einer echten Kapelle formte. Die Musiker haben schon früher moderne deutsche Lieder, traditionelle und moderne Blasmusik gespielt, doch die traditionelle schwäbische Volksmusik bedeutete für sie eine neue Herausforderung. Die Aufstellung der Band ist die minimale Blas-Kapellen-Formation in einer individuellen Form, denn neben der traditionellen Formation wird die Musik mit Akkordeon und Schlagzeugbegleitung bereichert. Hochamerika, eine Bearbeitung von Stefan Turi. Sie hören die Schnapskapelle. Musik 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 Musik